Ich bin auf der Station noch kurz. Willkommen! Ich freue mich, dass ich hier so viele Leute versammelt habe. Wir sind hier für meine Abschlussprüfung, meine Bachelorstudie, zusammengekommen. Ganz besonders möchte ich meine Prüfung bekommen. Prof. von Zwickmann, Funktion an der Anlassungsfunktion. Ich bin das hier mit. Wir sind hier aber nicht nur in einer Prüfung, sondern wir stehen hier vor allem in einer studentischen Arbeit. Meine Abschlussarbeit. Die Abschlussarbeit meines Bachelorstudiums. Aber warum? Warum mache ich das hier? Was war die Notwendigkeit dieser Arbeit? Ich bin aber als Zitat von Roland Barthes stoffen. Die Arbeit, die Forschungsarbeit muss dem Begehren abgeworfen werden. Ist sie es nicht, ist die Arbeit mürrisch, funktional, entfremdet und bloß von der Notwendigkeit getrieben, eine Prüfung zu bestehen, ein Diplom zu erhalten und den Fortgang der Karriere zu beziehen. Damit das Begehren in meine Arbeit einfließt, darf mir die Arbeit nicht von einer Kollektivität aufgenommen werden, sondern von einer lebendigen Versammlung von Lesern, in der der Wunsch nach dem Anderen dauert wird und nicht nach der Einhaltung des Gesetzes. Dieses Zitat aus dem Text »Junge Forscher« von 1972 begeistert mich. Es begeistert mich so, dass ich es zum Ausgangspunkt meiner wissenschaftlichen Arbeit machen musste. Der Text »Junge Forscher« in dem Text »Junge Forscher« stellt Barthes im Funktionalen Studium das Begehren zu Studierenden gegenüber. Er sieht mich als Forscher, die ihre studentische Arbeit ihrem Begehren abverlangen sollte. Welche Auswirkungen hat eine Arbeit, die nicht bloß den kollektiven Erwartungen beugt? Was passiert in der studentischen Arbeit einer forschenden Suche, die dem Begehren abgenommen wird? Das möchte ich jetzt gemeinsam mit euch herausfinden. Das, was hier in diesen 45 Minuten passiert, stellt meine praktische Arbeit dar. Ich betrachte es als Experiment und möchte euch bitten, dem Video zu folgen, sobald ich diesen Raum verlassen habe. Später werde ich in drei Vortragsteilen mehr über meine wissenschaftliche Arbeit sprechen. Doch dafür lasse ich euch zunächst hier allein. Ich bin ein Fisk. Ich bin ein Fisk. Ich bin ein Fisk. Ihr wisst hier in drei Vortragsteilen mehr über die Wontöse wie ich euch mit euch zu machen muss. Ich bin ein Fisk. Aber in drei Vortragsteil, da ist ein Fisk. Ich bin ein Fisk. Und da habt ihr in drei Vortragsteil. Vielen Dank. 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 Wichtig dabei wäre, dass sie studentische Arbeit auf eine Öffentlichkeit bekommt, denn nur dann kann sie ihre innovative, befreiende Wirkung entfalten. Meine studentische Arbeit möchte ich nicht nur für mich machen, sondern ich wünsche mir eine lebendige Versammlung von Lesern, wie Barton nun geht. Will die Gesellschaft dem Studierenden neben einer reinen Ausbildung auch Bildung im Sinne persönlicher Erkenntnisse zu bestehen, dann spielt das Begeben eine entscheidende Rolle. Vom Begeben mit einer Kraft aus, die nicht alleine im Interesse des Einzelnen, sondern im Interesse der ganzen Gesellschaft leben sollte. Doch im Studium nach Bologna gibt es für das Begeben keinen Raum mehr. So findet das andere, ein Nichtwissen, ein Nichtkönnen, keine Berücksichtigung. Die Arbeit, die sich innerhalb der festgesetzten Ordnung bewegt, antwortet wie erwartet. Auf den gewohnten Vorgang einer Frage. Dabei wird das Ziel von Erwartung formuliert. Die Antwort ist symmetrisch zu den gestellten Erwartungen. Doch wenn mein eigenes Wissen und Können durch den Widerstand des Anderen ins Schwanken kommt, kann eine neue Antwort auf die Provokation des Anderen entstehen. Es entsteht eine Asymmetrie zwischen dem Anspruch des Anderen und meiner Reaktion. Ein Zitat von Waltenes. Die klassischen handlungstheoretischen Trias von Wollen, Sollen und Können gerät aus dem Gleichgewicht, wenn Fremdes ins Spiel kommt, das uns selbst affiziert, angeht, anspricht und alles eigene furcht. Wenn dieser Moment der Asymmetrie dazu führt, etwas in Frage zu stellen und wieder neu zu suchen, sollte dies nicht als eine Schwäche, sondern als ein Potenzial bestanden werden. In dieser Arbeit wurde mir darauf ermöglicht, meinem Begehren des Nichtbegehrenswertenden zu folgen. Der Wert des Begehren sollte sich jedoch nicht auf den künstlerischen Bereich beschränken. Denn das Begehren hat einen Wert für alle Studienfächer. Und gerade ein Studienfach überschreitendes Studieren kann neue Wurzeln geben. Meine Kritik an einem funktionalen Studium ist nicht die Ablehnung eines berufsqualifizierenden Studiums, sondern eine Mahnung, das Studieren nicht darauf zu beschränken. Bevor wir zur Diskussion kommen, noch ein paar Worte. Das Erleben einer Asymmetrie, in der das Gewohnte aus dem Gleichgewicht gerät, ist das nicht auch die Erfahrung eines Schwindels, in dem ich im Raum orientierungslos bin? Der Schwindel ist eine Metapher. Sie erleichtert das Verständnis des Phänomens, das in der Begegnung mit dem Anderen entsteht. Im Schwindel bin ich angesprochen vom Anderen. Es passiert etwas, das ich nicht verstehe. Es passiert etwas, das ich nicht verstehe. Diese Erfahrung verwirrt mich, verwirrt mein Verständnis vom Raum. Das Andere provoziert eine Reaktion, die mich in eine neue Position bringt. So wende ich hier mit einem Zitat von Wahnfels meinen Vortrag. Das Selbstverständliche als Selbstverständlichnehmen sagt, dass man sich im Bestehenden einrichtet. Als sei es etwas Beständiges. Dankeschön. Applaus Applaus Vielen Dank.